Wir kommen zum Sport. Er ist zurück in der Zentralschweiz, der ehemalige FCL-Spieler Hakan Yakin. Nach seinem Karriereende in Bellinzona zieht es ihn jetzt doch wieder ins Fussballbusiness. Der Ex-Nazi-Spieler trainiert in Zukunft nämlich die Junioren des FC Zug 94. Wir treffen Hakan Yakin heute Nachmittag im Stadion Hertial-Menz-Zug, seine erste Station als Trainer. Er wird zukünftig TU15 vom Team Zugerland trainieren. Die Mannschaft setzt sich aus verschiedenen Nachwuchstalenten aus der Region zusammen. Wir haben hier ein Projekt, in dem wir etwas aufbauen wollen. Ich finde es besser, wenn man klein anfängt, tief und sich langsam hochsteigert. Für mich ist das eine neue Herausforderung, Zugerland etwas aufzubauen. Nachdem der Hakan Yakin Anfang 2012 den FC Luzern Richtung Dessin verlassen hat und knapp eineinhalb Jahre beim AC Bellinzona gespielt hat, ist er jetzt also wieder zurück in der Zentralschweiz. Die Verpflichtung des Hakan Yakin hat laut Bruno Benaglio, Verwaltungsratspräsident von Zug 94, ein klars Ziel. Ja, wir wollen eigentlich die Ziele, die wir schon länger kommuniziert haben, nämlich die Challenge League im Jahr 2017 zu erreichen. Das wollen wir dokumentieren. Wir wollen es allen unseren treuen Sponsoren, aber auch der Stadt und Bewohner der Region, den Mitgliedern selbstverständlich auch, klar machen, dass wir nach wie vor überzeugt sind, dass wir das Projekt realisieren können. Um das Ziel, die Challenge League 2017 zu erreichen, hat den Zug 94 Martin Andermatt von Bellinzona geholt. Er wird die sportliche Gesamtleitung vom Verein übernehmen und sieht bei der ersten Mannschaft eine grosse Herausforderung. Es sind Amateure, die arbeiten. Die sind zum Teil in Konflikt drin mit dem Wochenende, auch mit ihren Familien. Und da kann ich ihnen sicher auch ein Gefäß bieten, dass wenn man am Montag nicht ins Training kommt, dass man am Dienstag dafür da ist. Also das ist sicher eine grosse Schere, die man zumachen muss. Stufe für Stufe will sich also die Zug 94 der Challenge League annäheren. Nächste Woche starten der Hakan Yakin und Martin Andermatt und wollen ihren Teil zum Erreichen des Ziels beitragen. Okay.